Yo Leute, was geht ab? Geh mal gucken, was ist wieder am Start mit einem kurzen Update zur Telekom, also zu Magenta TV. Sagen wir so, ich hab Neueres oder es gibt Neuigkeiten und zwar wird die Magenta, also der Magenta Receiver 401, ist in dem Fall der hier, und in Weiß und die Magenta TV Box, also die Vermarktung davon wird eingestellt. Zu welchem Datum genau, kann ich leider noch nicht sagen, da ich da noch keine weiteren Informationen habe. Wer diese Boxen besitzt, kann weiterhin auch die benutzen, bloß die Vermarktung, also der Verkauf wird eingestellt und es wird sich, ja gut, meiner Meinung nach mehr auf die Magenta TV One bezogen, also mehr vermarktet, das ist jetzt meine Meinung. Und die anderen Receiver, wie jetzt 601 und 201 und die 200, soweit ich weiß, bleiben erstmal davon verschont. Erstmal. Und ja, wer die Box hat, hat sie halt, kann sie auch weiter benutzen, wird es wahrscheinlich auch weitere Updates geben, erstmal. Und ja, wer sie halt noch nicht hat, oder die Vorteile, Nachteile, geht auf meinem Kanal, da habe ich weitere Videos gemacht zu Magenta TV Box, die ich hatte, zur One. Ähm, könnt ihr euch ansehen, ähm, macht das selber im Bild, steigt um, steigt nicht um, wie ihr das gerne wollt, und ich würde sagen, kurz die News und bis bald, euer GamerKoker.